Höre Kurt Krömer. Feelings ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Jetzt, wo viele gesagt haben, ey, das ist doch verschimmelt. Nein, es ist Beste. Es war ja in der Verpackung drin, gestapelt auf eine Euro-Palette. Du machst das nach vier Jahren auf. Es ist saftig, das ist richtig so feucht. Also da ist Feuchtigkeit drin und das macht richtig Spaß. Und dann war ich die Hecke, Kirschlorbeerhecke, habe ich gemulcht. Und jetzt wollte ich mal fragen, falls Wissenschaftler zuhören, Biologen, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Mücken? Die sind jetzt tagsüber unterwegs oder was? Sind jetzt auch Mücken voll im Kapitalismus angekommen, dass die sagt dann, ey, nicht nur Nas, wir müssen auch tagsüber irgendwie Action machen. Das ist, wie, wann, in was für einer Welt leben wir denn, wo Mücken tagsüber dich da stechen? Das ist, ich habe ja dann extra, Heik, von den Tipp, habe ich von meinen Postboten, Herrn Teichert, da habe ich letztes Mal, hat der mir die Post nehmen und dann habe ich gesagt, Herr Teichert, also sagen Sie mal, Sie schnuppern ja so gut. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal riechen? Und dann bin ich denen so ein Halsjango und habe da schnuppert. Von gegenüber, die haben bestimmt gedacht, ich habe den in die Küste irgendwie, wo ich gesagt habe, ich küsse Sie jetzt einfach. Danke, Herr Teichert, für die Mahnung. Danke. Und er sagte, riecht gut, war es Autan Family Care, dieses Mückenzeugs. Wo ich jetzt aber keine Werbung für mache, ist gleich, ich mache gleich die Werbung in sich kaputt, weil die Scheiße nur eine halbe Stunde hält und dann man richtig, die Mücken, die summen dann nicht mehr, sondern die lachen. Die lachen dich aus, die fliegen um dich rum, die lachen und sagen, Alter, ist ja wie lost, der ist, Alter, er ist ja völlig ohne Schutz. Und dann tragen die einen weg und fressen einen auf. Und was ist eigentlich, das kann man auch der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die Biologin, Biologe, der jetzt zuhört, die zuhört, kann auch mal sagen, was hat eigentlich eine Mücke für einen Nutzen? Also bei den Bienchen weiß ich ja, die Bienchen, die holen Pollenstaub und packen den in den Topf und dann entstehen dadurch Kinder. Und dann ruft die Biene an beim Klapperstorch und sagt, hier, Knut Knüll ist fertig, trag mal rüber. Ein schweres Kind. Da wissen wir ja, das hat ja alles seinen Nutzen, was die Bienchen angeht. Aber was für einen Nutzen hat denn jetzt eine Mücke, die dann sticht und dann nachts rumsummt? Und das ist sowieso der Horror, wenn du im Schlafzimmer bist nachts und dann kommt diese Mücke, wo ich denke, weißt du, stech mich doch tot, aber hör auf zu summen. Weißt du, ich hab kein Problem damit, 85 Mückenstiche zu haben, wenn ich morgens aufstehe. Aber diese Summe denn noch, entscheide dich doch. Weißt du, Mundschutz. Gibt es Mundschutz für Mücken irgendwie, so einen Maulkorb, dass man den nicht umbindet? Oder wie ist ich? Oropax, auch gut. So, egal. Jedenfalls ist die Hecke hier mulcht und ich hab mich komplett verrechnet. Ich hab vor vier Jahren, glaube ich, eine Tonne bestellt. Das reicht gar nicht. Eine Tonne reicht gerade mal für zwölf Meter. Und jetzt bin ich richtig in den Arsch geknüpfen, weil ich jetzt, also schon mal, jetzt heute vorbestelle für den Sommer 2027, dass ich da dann rechtzeitig oben mulchen kann. So, für die, die das wissen wollen, der Kaffee flockt immer noch nicht. War das jetzt wichtig? Ich glaube, ja, war das. Es ist auch wichtig, dass man über solche Themen mal redet, die überhaupt keinen interessieren. Aber wo man sagt, das wollte ich auch mal anbieten. Ich werde natürlich den Gast, die Gästin heute nicht sehen, weil ich ja diese Kaffeekanne hab, die 2,50 Meter groß ist. Und ich sehe auch gleich gegenüber, ich würde mal sagen, Bierchen. Wie spät haben wir das jetzt? 20 nach 2. Klar, da kann man halt schon mal ein Bierchen aufmachen. Egal. So, wir legen los. Viel Spaß. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. So, na dann wollen wir mal sehen. Nein. Vater. Herr Jauch, sind Sie der Echte? Ja, Herr Krömer, ich begrüße Sie. Sind Sie der Echte? Das weiß man nie so ganz genau. Was, 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 ich bin ja begeistert. Ich wusste schon vor der Sendung, wie Sie mich als erstes ansprechen. Ja? Ja, ich hab's mir aufgeschrieben, damit Sie auch wirklich an diese Magie... Haben Sie das mitbekommen, was da abging? Ja, ein bisschen was hab ich mitbekommen. Das erste Wort. Ja. Das stimmt. Das ist ja nicht, das war ja mit dem Vater, das war ja nicht meine, das war von Bulli Herbig, der hat mich gezwungen dazu bei LOL. Die wissen nicht, wie das abgeht bei LOL, das ist wirklich... Ich weiß, welche Gage da fällig ist, da muss man alles bringen, alles geben, alles behaupten, sonst ist man draußen. Bulli ist wirklich, also nach außen hin herzlich, aber wenn man denn am Set ist von LOL, man hat wirklich das Gefühl, Werner Herzog dreht Fitzgeraldur Teil 2. Ja, also, ich entschuldige mich bei Ihnen. Herr Jauch, ich bin begeistert. Meine Töchter fanden das übrigens sehr lustig. Ja? Ja, der sagt immer, du seist sein Vater. Ich hab ja keine Witze mehr, wenn Sie jetzt da sind, was soll ich denn jetzt machen? Das ist jetzt ausnahmsweise mal Ihr Problem. Jetzt weiß ja jeder, dass Sie nicht mein Vater sind, jetzt kann ich ja aufhören. Ich bin begeistert, Herr Jauch, also Sie sind ja jetzt nicht bekannt dafür, dass Sie jetzt überall hingehen und viel quatschen. Ja, mir ist selten so langweilig, dass ich in einen Podcast gehe. Ist Sie langweilig schon? Nein, 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 eigentlich ist es mir nicht langweilig. Und wenn, dann ist mir auch, ich bin gern mal gelangweilt. Ich kann gut zwei Stunden aus dem Fenster gucken und es passiert nichts. Haben Sie das wirklich, dass Sie sich lang... Ein Fenster, ja. Also ein Fenster, haben Sie Fenster? Nein, aber ich... Herr Jauch hat Fenster, können wir das auch schreiben? Ja, ich bin begeistert, ist richtig, ich bin, ich hab ja, das Gefühl, ich träume. Nee, das ist schon mit der Wirklichkeit vereinbar und jetzt können wir ganz normal miteinander sprechen. Dass Sie wirklich, dass Sie existieren, ich hab Sie nur einmal getroffen in meinem Leben. Wo war das? In Köln, in den MMC Studios und da hatten Sie, da hatten Sie so einen Mantel an. Also Sie hatten so einen Mantel an. Nein, ein Mantel. Ja, so einen ganz dünnen Mantel, der bis auf den Boden ging. Ich dachte erst, Sie springen ein für Keanu Reeves und bringen Matrix 4 oder so. Das war ein wunderschönes... Ich glaube, das war 60 Jahre ARD, kann das sein? Glaube ich nicht, dass ich dafür zur Verfügung gestanden habe. Nein, das muss ja eine Jugendsinne gewesen sein. Haben Sie was gegen die ARD? Nein, 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 nein. Ich war da ja lange. Ich weiß, das war ja auch, also alle waren ja begeistert. Nicht alle. Einer war nicht begeistert. Ich hab das noch im Ohr. Ich hab jedes Mal, wenn ich zum RBB reingegangen bin, früher hab ich immer gedacht an Ihren Spruch, die Gremien voller Gremlins. Ja. Also verbrannte Erde? Wird es kein Comeback mehr geben in der ARD? Nein, nicht verbrannte Erde, aber es war dann am Ende schon nervig, dass so viele mitreden wollten und ich hatte mir journalistische Unabhängigkeit tatsächlich anders vorgestellt. Das ist dann ungünstig, wenn alle mitsprechen. Ein Glück hab ich die Biografie gehört von Thomas Gottschalk, dass ich ja alles weiß über Sie. Ach so, die hab ich wiederum nicht... Naja, die Entstehung, also wie Sie sich kennengelernt haben bei Bayern, beim Bayerischen Rundfunk. Ja, das ist jetzt fast 50 Jahre. 50 Jahre? Ja, 45. Und da war er für lustig zuständig und Sie für Journalismus? Und ich für Infos. Ja, genau. Jeder zwei Stunden. Er die ersten zwei Stunden und dann hab ich die Dinge alle wieder korrigiert, die er vorher erzählt hat. Was war denn das für eine Zusammenarbeit, wenn man da journalistisch sich vorbereitet und dann kommt da einer rein, der null vorbereitet ist? Das war prima. Ich war sein Vorgesetzter, weil ich festangestellt war und er freischaffend, was ich, das merkte man daran, dass ich, weiß ich nicht, im VW Passat ins Funkhaus fuhr und er dann einen Zwölfzylinder Jaguar in der Tiefgarage schon geparkt hat. Das war überhaupt der Tiefgaragenplatz. Er hatte vor mir einen Tiefgaragenplatz im Bayerischen Rundfunk und damit waren die Kräfteverhältnisse von Anfang an eigentlich klar. Aber ich war formell sein Vorgesetzter. Es war sehr lustig. Wir hatten eine Redaktion, die wir uns selber zusammenstellen durften. Haben uns ganz junge Leute von der Straße geholt oder von der Uni, die gerade keinen Job hatten. Und das hat großen Spaß gemacht und die Sendung hat auch gut funktioniert. Das war ja der absolute Knaller damals. Gottschalk sagt immer, weil es ja nichts anderes gab. War das wirklich so, dass ihr beiden... Ja, also Thomas hat angefangen bei Bayerischen Rundfunk. Es gab nichts anderes. Meine Damen und Herren, Sie hören nun das musikalische Intermezzo. Und das waren dann auch mal ausgebildete Sprecher. Es war einfach stinklangweilig. Und Thomas ist für mich nicht der eigentliche Revolutionär im Fernsehen, sondern das ist ja tatsächlich für das Medium Radio. Der hat da alles auf den Kopf gestellt. Grundsätzlich freies Sprechen, grundsätzlich in einer Art und Weise unvorbereitet sein, die aber eben Raum ließ für Spontanität, für Witz, für Verarsche von irgendwelchen Leuten, für spontane Interviews. Achso, lese ich gerade hier? Ja, dann rufe ich den doch mal an. Alles ziemlich unvorbereitet und deswegen also richtig gut und richtig witzig. Und mich hat das, als ich mit 20 Jahren nach München kam, mich hat das fasziniert. Ich saß dann im Winter bei minus 8 Grad in meinem VW Käfer und es war 10 nach 8 abends. Die Sendung hieß Pop nach 8. War es 10 nach 8, die gingen dann bis 9 Uhr. Und es war arschkalt und ich bin in dem Auto bis zum Ende der Sendung immer sitzen geblieben, weil ich einfach nichts verpassen wollte von den Gags, die er gebracht hat. Und insofern war der für mich, akustisch war der einer, am Anfang hatte ich gar kein Bild von dem, wo es dann wieder aussah, war der für mich eine absolute Revolution. Waren Sie enttäuscht, als du den gesehen hast? Nein, 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 nein. Der Mann sah mal besser aus als ich. Sie sahen aber auch gut aus. Sie kam dann noch diesen Fukuhila-Schnitt vor Augen. Das war auch sehr schön. Ja, genau, die Haare vorne so komisch hoch. Keck, sie waren sehr keck aussehend damals. Mir ist aufgefallen, das vereint uns beide. Ich habe sie gesehen bei, wie heißt die Sendung mit Gottschalk und Schöneberger, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was passiert? Da waren sie in so einem Swimmingpool voll mit Schaumstoff drin und dann sind sie aufgetaucht und man hat gesehen, dass ihre Haare so abstehen, weil ihre Haare unheimlich dünn sind. Inzwischen? Ja, also das ist ja jetzt ein halbes Jahr her oder so. Ja, die sind mir tatsächlich im Zusammenhang mit Corona hat sich da... Ja, bei mir auch. Auch, ja. Und ich wusste das nicht. Ich musste das bei Google erst nachschauen. Da kommen zwar 147 Nebenwirkungen, aber Haare weg war auch dabei. Ach, jetzt erst? Ja, mit Corona. Ach so. Ach so, ich hatte das vorher schon. Nee, hatte ich früher. Wir unheimlich dünn, dass ich mir die Haare mal waschen muss. Jeden Tag, weil ich die sonst nicht gebändig bekomme. Ja, bei Männern ist es für sie ein Wahnsinnsproblem. Mir werden jetzt immer türkische Adressen empfohlen, wo sie einem das hinten rausschießen und oben wieder rein oder was? Nee, möchte ich nicht. Also das Schöne ist ja hinten, ich habe auch hinten so eine Glanz, ich sehe es ja nicht von vorne. Richtig, aber im Fernsehen ist es so, dass sie einen natürlich mit diesen Steadycams dauernd umkreisen und dann sieht man diese, wie man im Rheinland sagt, diese Plätt, sieht man dann doch immer bildfüllend. Ich lasse ja dann, ich mache ja dann so Spree. Wenn ich im Fernsehen bin, bin ich so, also da bin ich so eitel, dass ich sage, nimm mal da Streuhaar. Ja, Steuhaar. Gut, ja, hatte ich auch mal eine Zeit lang, mittlerweile ist es von der Fläche her so, dass die es einfach, die machen es einfach irgendwie so ein bisschen dunkler, dass es nicht so ganz Schweinchenroß ist. Aber ansonsten, was das genau ist, weiß ich auch nicht. Das Blöde ist halt, man muss das dann auswaschen abends. Man muss das auswaschen. Ja, und das kommt Kohlrabenschwarz, kommt das raus. Ja, deswegen immer, wenn ich außerhalb Berlins bin, im Hotel, dann ist das egal. Dann muss ich auch sagen, dann wasche ich das Haar abends auch nicht. Dann denke ich, das ist ein Hotel, das sollte ich hier waschen. Aber das sieht dann, aber die Bettwäsche und so, das sieht dann aus. Ich muss unter die Dusche dann aus. Ich glaube, wenn jetzt die Putzfrau kommt morgens, dann denkt die, der Typ ist ungepflegt gewesen, weil der, weiß ich nicht, da schmordere im Haar. Ja, auszubildender Kaminkehrer. Nee, aber so ein Haarteil, haben Sie so ein Haarteil? Nee, das ist mir zu blöde. Also ich würde als Komiker, habe ich schon gesagt, wenn ich jetzt so eine Halbglatze hätte, würde ich mir so ein ganz schlechtes Toupet kaufen und das auf der Bühne dann falsch rumtragen oder so, damit die Leute was zu lachen haben. Also Horst Schlemmer mäßig. Ja, so. Aber dass ich jetzt ernsthaft morgens aufstehe und die perfekte Illusion erschaffe, dass jetzt ja niemand irgendwie auf die Idee kommen würde, dass ein Mann um die 50 eine Platte hat, das dauert ja auch. Und das natürlich auch bei Männern, also ich habe früher immer darunter gelitten, dass ich zu jung ausgesehen habe und man mich deswegen, also speziell was Fernsehen angeht, nicht so richtig ernst genommen hat. Also da fehlten immer zehn Jahre. Es gibt so bei YouTube gibt es, da habe ich eine Nachrichtensendung im bayerischen Fernsehen, weil ich sehe aus wie ein 14-jähriger Schülerzeitungsredakteur. Dann verspreche ich mich da auch noch in den 20 Sekunden, die da als einziges übrig geblieben sind. Aber dass man sich irgendwann dem körperlichen Verfall mal mehr, mal weniger ergeben muss, das finde ich jetzt nicht so furchtbar. Also ich finde es traurig, wenn man das versucht so aufzuhalten. Das hat wirklich vertrautiert. Ja, weil das natürlich oft noch peinlicher ist. Vor allem, man sieht es ja auch. Übrigens auch bei Frauen. Die Wissenschaft oder die Medizin ist ja jetzt noch nicht so weit, dass ich da eine Pille schlucke und ich sehe jünger aus, sondern du siehst das doch. Aber sie behaupten mittlerweile, dass sie die Dinge, wenn alles ein bisschen nach hinten gezogen wird, dass man sie überhaupt nicht sehen möchte. Man müsste nur alle halbe Jahre irgendwie danach straffen. Das kann doch nicht sein, dass eine Schauspielerin mit 60 Jahren überhaupt keine Mimik mehr hat. Das geht doch nicht. Also bei Schauspielern fährt das immer besonders auf. Und bei Männern sieht man es aber auch. Ja, wenn die sehr zurückgezogen leben. Oder in jedem zweiten Interview behaupten, dass sie an sich natürlich gar nichts machen müssen. Nee, natürlich nicht. Aber viel Mineralwasser trinken. Heilerde, Mineralwasser und Yoga. Übrigens hier zu dem... Machen Sie Sport eigentlich? Tonen Sie? Viel zu wenig. Nein, praktisch so gut wie gar nicht. Haben Sie so einen Fitnessraum zu Hause mit so komischen Geräten? Nee, ich auch nicht. Ich habe eine Yogamatte für 29,90. Gut, ich wollte noch mal kurz was sagen zu der Hecke. Ach so, ja. Sie haben ja auch... Kirschlaubeer. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, es ist einfallslos. Ich weiß, man wird immer gehänselt. Die Leute lachen immer über den Gartenzaun rüber. Es ist nur für die Leute, die tatsächlich auch im Winter blickdicht abgeschottet sein wollen. Diese großen gummiartigen grünen Blätter sind keines von den Viechern kommt da irgendwie... Ich bin nicht so wahnsinnig nachhaltig unterwegs. Aber damit kann kein Viech irgendwie was anfangen. Ich weiß, dass der irre praktisch ist. Sie können den auch immer beschneiden. Wächst alles immer nach. Aber... Ah, nee. Also das heißt, Sie werden mich niemals besuchen kommen? Nee, also wenn ich da durch so eine Kirschlaubeer... Durch so eine Kirschlaubeer-Hölle erst rechts und links blickdicht und 1,80 hoch jetzt schon? Ja, teilweise drei Meter. Verwechseln Sie es mit Bambus? Nein. Nee, Bambus ist ja... Bambus ist ja ganz blöd, weil die... Das vermehrt sich ja weiter. Ja, genau. Unterirdisch. Und dann kann es sein, dass von diesem Bambusstrauch 4,80 Meter weiter... Richtig, und zwar zum Nachbarn. Ja. Zum Nachbarn, also wenn Sie kostengünstig arrondieren wollen, dann machen Sie an den Grenzen Bambus. Das macht die Leute wahnsinnig. Sie müssen nämlich, müssen die anderen eine Rhizomsperre machen. Ja, genau, Rhizomsperre. Ja. Nee, ich will das nicht so aufwendig haben. Haben Sie Bambus bei sich? Nein. Was haben Sie als Hecke? Nächste. Was? Kann jeder reingucken? Ja. Weil ja auch kann jeder Garten und wenn Sie dann sitzen sonntags und Kuchen essen... Naja, gut, also da ist ja ein Haus dazwischen. Ja, ich weiß nicht, es gibt einen Vorgarten und dann gibt es ja ein Haus und dann gibt es hinten einen Garten. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe keine Hecke. Aber einen Zaun? Ja. Ja, gut. Einen Zaun habe ich auch. Müssen wir uns Sorgen machen, finanziell oder was? Nee, nee, nee. Aber der ist auch, also auch der ist... Blickdicht? Nein. Eine Mauer. Das ist das Schlimmste. Diese Zäune, wo jetzt diese, wie so eine Wellpappe in Grau, wo man wirklich denkt, da ist irgendwie nochmal Stadtsicherheit, hat sich nochmal besonders eingekasselt und das sind nämlich die billigsten Zäune im Moment. Da nimmt man sich ja dann absichtlich eine Leiter und geht rüber und guckt irgendwie, was macht der da? Nee. Was sind die an Raketen oder was? Keine Hecke und ein durchsichtiger Zaun. Und Sie haben jetzt schon, ist das ein Bier, was Sie vor sich haben? Das ist ein alkoholfreies Bier, wenn es irgendwie draußen besonders warm ist, trinke ich das gern, aber im Prinzip, also Alkohol trinke ich tatsächlich nur, wenn es schon dunkel ist. Tagsüber vertrage ich es nicht und deswegen ist das alkoholfrei. Ich muss das aber auch nicht trinken. Also wenn die Sonne untergeht oder, weil dunkel ist es auch im Keller. Ja, nee, nee, müsste die Sonne untergehen. Ich kriege, wenn ich tagsüber auch nur, manche sagen ja ein halbes Glas Sekt vor der Sendung oder irgend sowas, das geht bei mir überhaupt nicht, das geht mir sofort so in die Birne. Haben Sie das aber schon mal probiert? Nein, ich bin dann wirklich nicht mehr verhandlungsfähig und abends bin ich durchaus gut dabei und kein Spaß und Spielverderber. Haben Sie schon mal richtig, haben Sie schon mal einen Rausch erlebt? Ja, das kann gut sein, dass ich irgendwann in, weiß ich nicht, wenn man sich das erste Mal da rantastet, ich weiß, dass es mal eine Klassenfahrt gab nach Bamberg und da gibt es das sogenannte Schlenkerler. Das ist ein Rauchbier, ein Bamberger Rauchbier, was für einen irrwitzigen, irrwitzige Alkoholprozente bekannt ist, weiß ich nicht, irgendwie 8%, 9%, 11% oder was und dann, ich glaube, da waren wir dann mit ein paar Jungs irgendwie unterwegs. Da haben Sie sich eingetütert. Keine genaue Erinnerung mehr dran, aber ansonsten bin ich ja bis zum 30. Lebensjahr völlig alkoholfrei aufgewachsen, hat mir einfach nicht geschmeckt und habe ich mir nichts draus gemacht und ich war dann immer im Augustiner Biergarten, das war praktisch die Hauskantine vom Bayerischen Rundfunk in München, habe ich dann immer eine Florida Boy bestellt. Florida Boy. Florida Boy. Der Florida Boy, servus. Und das war so eine Orangenlimonade, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja, ja, das ist so wie heute Bluna oder so. Ja, genau. Und da hat man sich aber entsetzlich lächerlich gemacht, dann habe ich so ab dem 30. Lebensjahr eine Weizenbier-Sozialisierung Schritt für Schritt durchgemacht. Wo sind Sie eigentlich geboren? In Münster in Westfalen, aber mit drei Jahren sind meine Eltern von da nach Berlin gegangen. Und dann bin ich in Berlin aufgewachsen. Wo? Welche U-Bahn-Station? Berlin, in Berlin. Noch nicht mal U-Bahn-Station, sondern in Lichterfelder, erst in Langwitz ein bisschen und dann Lichterfelder West, Karstenstraße, wo glaube ich damals noch die alte Straßenbahn, die 96 durchgefahren ist und dann der 85er. Die erste U-Bahn-Station war dann praktisch Walter-Schreiber-Platz. Walter-Schreiber-Platz. Zurücktreten, bitte. Das stimmt. Da gab es ja früher den DJ noch, der gesagt hat, einsteigen bitte, zurückbleiben. Zurückbleiben. Oder letzte Station vor Berlin-Ost. Ja, wurde das auch durchgesagt? Ja, ja. Dann war doch immer Wolterstraße. Wolterstraße war dann... Und dann Ratter, Ratter, Ratter. Dann wurde es dunkel? Ja, Friedrichstraße. Und dann standen die mit den Knarren auf den Bahnhöfen. Die müssen ja auch acht Stunden da im Halbdunkel immer gestanden haben. Das war die U8, war das denn. Wolterstraße war letzter Bahnhof vor Berlin-Ost. Und dann bist du durch, ich glaube durch sechs damals Ost-Bahnhöfe gefahren im Dunkeln. Friedrichstraße konnte man aussteigen, gab es einen Intershop. Waren Zigaretten, fünf Mark billiger die Stange. Aber das ist ja physikalisch ein Thema, oder? Sie haben ja bestimmt auch noch nie geraucht. Doch, ich habe geraucht zwischen dem 16. und dem 18. Lebensjahr. Bei mir war das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich ein bisschen ein aufsässiges Kind war und 18 Jahre alt wurde, als man mit 18 noch nicht volljährig war. Das war bitter. Sie waren aufmüpfig? Ja. Nein. Ja, ja, ja. War ich sehr sogar. Ich habe immer die meisten Tadel und Verweise in der Schule gehabt. Weil Sie da rum ihr albert haben, oder? Ja, alles in der vierten Klasse. Schon den Lehrer mit Uhu am Stuhl festgehalten. So was, ja? Ja, nur solche Sachen. Das ist ja ein Problemkind gewesen. Ja, oder Klassenklauen halt. Ja. Also es ist ja gut, dass sich das eingeringt hat, Herr Joch. Also einer meiner schönsten Publikumserfolge war in der Klasse. Ich glaube, es war die 11. oder 12. Klasse. Da mussten die Lehrer in Berlin, drei, vier Wochen vor der Zeugnisvergabe, mussten die die Noten ansagen. Ja. Und dann musste sogar, wenn man sich ungerecht behandelt fühle, musste man ihn aufzeigen und musste dann. Und dann hatte ich Altgriechisch und da gab mir der Lehrer, glaube ich, zwei Punkte, was eine fünf war. Also schon sowieso ganz schlecht. Und dann habe ich mich gemeldet und habe einen Riesenvortrag gehalten, dass ich das total ungerecht fände und ich müsse anders benotet werden und so. Und dann bekam der eine, wie eine Osrambirne, wurde der immer gesagt, was wollen Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte leistungsgerecht benotet werden. Was wollen Sie denn? Ich sage, ich möchte Nullpunkte haben. War ein großer Erfolg in der Klasse. War ein Riesenlacher, hat er nur leicht gezuckt und dann gesagt, die können Sie haben. Das war, da habe ich die Nullpunkte bekommen, es war mir an sich wurscht, was ich übersehen hatte. Man muss, um das Gräkum zu haben, also damit auch für Theologie, Studium oder alles mögliche und damit man ein bisschen strunzen kann, darf man nicht in einem der Griechischkurse Nullpunkte haben. Man muss also mindestens einen Punkt haben. Und deswegen habe ich mich fünf Jahre lang, fast jeden Tag eine Stunde Griechisch gehabt und am Ende noch nicht mal ein Griekum. Bloß um dieses einen Gags willen. Naja, für einen guten Gag verkauft man seine Großmutter. Wenn er gut ist, machen. Aber ich hätte ja sagen können, geben Sie mir nicht zwei Punkte, geben Sie mir einen Punkt. Ja, naja, klar. Wieder nicht nachgedacht. Jahrzehnt später ist man schlauer natürlich. Ich leide nicht sehr. Aber Griechisch, wie oft benutzen Sie das noch pro Tag? Andere Malene, Musa, Polytropon, Hos, Malapola, Plansch, Ney. Wenn Sie jetzt beim Bäcker sind? Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich kann auch Neugriechisch nicht. Da kann ich mich nicht unterhalten. Ich kann die Schilder lesen, also die kann ich dann so vorlesen. Aber nein, nicht. Aber nachdenken und knobeln und kombinieren. Also ich würde zum Beispiel Latein, wenn jemand Latein lernen will, würde ich sehr empfehlen. Bei Griechisch würde ich sagen, dann mach Spanisch oder Französisch oder irgendwas. Andere Zeit. Wird das heute neu gelehrt? Doch, doch. Doch, das gibt es schon. Also Latein sowieso, was ich auch richtig gut finde, weil man da kriegt man, da werden bestimmte Gehirnzellen doch angesprochen, die anders funktionieren als bei Englisch oder Italienisch. Das finde ich schon gut. Und alle, was weiß ich, wenn man irgendwann mal Jura macht, oder wenn man irgendwas Medizinisches macht, oder wenn man Krankengymnastik macht, also alle Knochen, alles auf Lateinisch. Herr Jauch, Sie siezen alle? Alle? Nein. Also Anke Engelke, die war hier gewesen, sie ist der einzige Mensch weltweit, der geduzt wird von Günter Jauch. Ja, es gibt ein paar wenige, die ich hinter der Bühne duze. Ansonsten grundsätzlich, Thomas Gottschalk und kleine Kinder werden von mir geduzt in der Reihenfolge, aber es sind ein paar inzwischen dazugekommen. Ja, Anke, Waldi Hartmann, weil man dem natürlich nicht entgehen kann, der duzt ja ohnehin alle. Also, ja, ein Dutzend Leute so aus dem Business kriege ich zusammen, die ich so hinter der Kamera... Ist das aus Distanzgründen, dass man sagt, ich möchte nicht, dass sie mir zu nahe kommen, also dass sie so kumpelhaftes Verhalten bitte nicht? Weiß ich gar nicht. Also mit Frau Schöneberger siezen wir uns vor der Bühne, hinter der Bühne grundsätzlich, was zum Beispiel lustig ist. Was die Distanz angeht, ich finde tatsächlich im Deutschen die Unterscheidung zwischen du und sie, die einem die Möglichkeit gibt, doch mit Menschen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, finde ich eigentlich besser und vielfältiger als im Englischen, wo jedes you ein du und ein sie ist. Und insofern habe ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich merke, dass manche Leute da dann erschrecken oder meinen, ich mag sie irgendwie nicht. Aber man kann auch viele Themen, wenn man auf der Sie-Schiene ist und bleibt, kann man oft besser verhandeln, als wenn gleich beim ersten Date da ein du draus wird und man dann auch bei irgendwelchen Sachen nicht mehr guten Schritt zurücktreten kann. Ja, also es ist oberflächlich halt auch, ne? So wie wir das im Showbiz so kennen, dass man sich um die Arme fällt und dann ist er weg und dann lästert man. Also dann finde ich das mit dem Sie eigentlich sehr straight, dass man sagt, ich kenne Sie doch gar nicht, kommen Sie mir aber nicht so nah. Ja und es fällt einem, also jemanden zu beleidigen, fällt einem bei Sie viel leichter als beim Du. Oder Herr Krömer? Wir warten noch ein bisschen, bevor wir uns beleidigen, Herr Jauch. Ein Geschenk haben Sie auch bei, ich schiele schon die ganze Zeit rüber. Ja, es ist nicht rasend, soll ich es aufmachen oder Sie? Ne, ich bitte. Jetzt wird die Schichtige, jetzt wird es aber auf ein neues Level gehoben, wird ja auch verschenkt. Ja, es ist überhaupt nicht originell, aber naja, damit Sie mal aus Ihrem Sumpf hier rauskommen. Ein Bild von ihm. Nein. Im goldenen Bilderrahmen. Ja. Sag du zu mir, steht da drauf. Haben Sie es selber eingepackt? Ne. Ich kann nicht einpacken. Ne? Ich kann nicht gut einpacken. Das sag ich nicht. Haben Sie da jemanden bei sich im Haus in der Abteilung? Ne. Ja, ne, schenk wieder, pack ein. Ein Buch. Ja. 111 Orte in Potsdam, die man gesehen haben muss. Ja, damit Sie hier aus diesem Miefkiez mal rauskommen. Haben Sie das geschrieben? Nein. Unter dem Pseudonym Tom Wolf? Ne, irgendwo bin ich, glaube ich, auch erwähnt, aber ich bin ja Potsdam-Fan. Ich weiß, Ihnen gehört ja Potsdam quasi. Ich lebe da seit 25 Jahren und ja, das ist, es gibt Leute, die sagen, Berlin ist groß und Potsdam ist schön. Kann ich eigentlich beides so unterschreiben. Potsdam kann man schon sagen, ist schöner als Berlin. Ja. Also Potsdam hat halt mehr. Aber es hat dieses Puppenstubenhafte natürlich, was daran liegt, dass da vor gut 30 Jahren praktisch alles im Trümmern lag und dann haben die alles wieder aufgebaut und deswegen ist jetzt alles schön. Also das von 1720 ist schön und das von 1950 ist auch inzwischen alles schön. Ich freue mich, denn Potsdam ist schön und wenn einem die zu Puppen haftet, kann man wieder zurück nach Berlin fahren. Gibt es da Neid eigentlich zwischen Potsdam und Berlin? Ne, oder? Also man hört oft so, dass Brandenburg und Berlin nicht zusammenkommen, aber Potsdam ist Was ich sehr schade finde, es gab mal in den 90er Jahren, damals war Ministerpräsident Stolpe und in Berlin war es glaube ich Diebken als regierender Bürgermeister, da gab es mal den Versuch, Berlin und Brandenburg zusammengehen zu lassen, was ich für wahnsinnig sinnvoll hatte, also Ersparnis und eine Regierung und dich nochmal wieder wählen und wenn Brandenburg das Ticket 10 Cent macht, macht es Berlin 20 Cent und dann passt das alles nicht so zusammen und da habe ich mich wahnsinnig auch für engagiert und es ist tatsächlich an Brandenburg gescheitert. Brandenburger wollten es nicht. Aber warum nicht? Ich finde es so albern. Ich finde es auch albern, dass wir beim RBB eine quasi in Anführungszeichen Ost-Abendshow haben, eine West-Abendshow. Und dann immer da gesprochen wird, ja wir kriegen das irgendwie nicht zusammen, dann denke ich so, dann leg doch vielleicht erstmal diese Journal zusammen, dass man dann sagt, es wird nicht explizit erstmal nur über Brandenburg berichtet und Berlin, sondern eben über beides. Ich habe mir sagen lassen, es liegt bei dem Teil, also Brandenburg lag ja eben komplett in der früheren DDR, dass die die Erfahrung gemacht haben, dass im Grunde alles, also von der Banane bis zu irgendwelchen tollen Bauprojekten, die Gelder in DDR-Zeiten immer nach Berlin geschlossen sind. Da wurde dann der tolle Alexanderplatz und der Turm und schön Palast der Republik, Wohnungsbau etc. Alle Gelder gingen nach Berlin und dieses Urmisstrauen, dass dann für Brandenburg nichts mehr übrig ist, ich glaube das hat sich bis heute gehalten. Ja, ich finde es schade, weil das gehört ja dazu. Aber das ist ja hier ein überregionaler Podcast, oder? Ja, aber trotzdem, wenn uns das jetzt interessiert, dann reden wir darüber. Dann muss Berchtesgaden zuhören. Ja, naja, Berchtesgaden hat ja vielleicht, was ist ja die Nachbarstadt von oder Nachbarbundesland von Berchtesgaden? Österreich. Die haben ja auch Probleme, Düsseldorf, Köln zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding. Das wollen Sie vereinigen, Düsseldorf und Köln, das gibt aber Tote. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mehrere Städte gibt, Bundesländer, die da immer am Meckern sind und keiner weiß warum. In Berlin ist ja zumindest jetzt klar, weil immer Berlin alles kriegt. Egal. Und da setzen Sie sich ein in Potsdam. Ja, mach hier mal. Wollen Sie nicht mal 20, 30 Seiten vorlesen? Nee. Nee. Möchte ich nicht. Gar nicht. Werden die Leute Sie auf der Straße erkennen? Was ist denn los? Bilden sich denn Trauben? Nein. Oder sind Sie so ein Nachbartyp auch, wo man sagt, ach, Herr Joach, Tagschen? Ja, im Prinzip schon, wenn es, sagen wir mal so, um die Nachbarschaft geht. Wo ich ein bisschen Probleme habe, ist, wenn ich irgendwo rumlaufe und wenn ich dann praktisch alle fünf Meter für ein Selfie anhalten muss. Also wenn ich im Grunde immer stoppen muss, immer am Moment, wo ist denn mein Herz? Und dann haben Sie sich erstmal selber fotografiert, also andersrum fotografiert und dann nochmal zurück und so. Ja, ja. Dann haben die Angst, dann sind Zittern. Dann haben Sie es geguckt, dann kommen Sie nochmal zurück. Dann ist es verwackelt. Ich habe die Augen zu gehabt oder ich habe nicht meine, es war nicht meine gute Seite. Und da ist dann einfach, dass ich ganz schnell um Verständnis bitte, dass ich einfach weiter laufen möchte von A nach B und eben nicht dauernd. Aber wenn ich im Schlendermodus bin, ist das kein Problem. Weil Sie gehören ja dazu, was? Sie gehören einfach zu jeder Familie, die in Deutschland lebt, dazu. Man macht den Fernsehanlass, Günter Jauch. Na ganz so ist es nicht mehr. Doch. Nee. Nee, also witzig ist, dass natürlich immer mehr 20-Jährigen begegnet, die haben mich noch nie in ihrem Leben gesehen. Das ist dann witzig, wenn eine 50-Jährige daneben anscheinend sagt, da kennst du den nicht. Weil die kein Fernsehen mehr gucken, war? Ja. Es war mal so lustig, hat eine meiner Töchter, als sie ganz klein war, bin ich mit der spazieren gegangen. Und dann haben einen auch Leute angehalten und ein Autogramm gegeben und so. Dann sagte die, Papa, kennen die Leute dich? Ich sag, ja. Ja, woher kennen die dich? Sag ich, ja, vom Fernsehen. Wissen die auch, wie du heißt? Ich sag, ja, das wissen die auch. Warum musst du dann jedem deinen Namen aufschreiben? Ja. Das war eine super Reaktion für eine Dreijährige. Die Diskussion hatte ich auch. Ja, woher kennen die dich denn? Was machst du denn? Was soll denn das? Du bist dann nur im Fernsehen. Ja, wobei, wenn die Kinder ganz klein sind, warum sollen sie sich wundern, dass einen jeder... Ne, stimmt. Die Kinder kennen ja auch viele nicht. Doch, dann wundern sie sich schon. Ja, ist schon richtig. Und Fernsehen, macht Ihnen das noch Spaß? Also, na klar, können Sie jetzt nicht drauf antworten. Sie können nicht sagen, macht mir keinen Spaß mehr. Aber wenn man so hört, was Sie früher gemacht haben, auch so die Anfänge im Bayerischen Rundfunk, alles war irgendwie innovativ, alles hat Spaß gemacht, alles war irgendwie neu. Also, alles, was Sie damals vor 50, vor 40 Jahren gemacht haben, war ja das erste Mal stattgefunden. Heute ist das so retortenmäßig. Jeder macht das gleiche und irgendwie... Gut, das ist natürlich das Jammern jetzt von zwei im Alter etwas fortgeschrittenen Herren, wie schön und lebendig und jugendlich frisch es früher war, war es natürlich auch nicht durchgehend. Ich gebe zu, dass ich jetzt nicht mehr der große Format-Erfinder bin oder einer, der Lust hat, ununterbrochen irgendetwas Neues zu erfinden. Also, gut, wer wird Millionär, ist ja das, was ich, sagen wir mal, immer noch durchziehe. Und wo ich aber eben, wo ich keinen Vertrag mit RTL habe, noch nie hatte. Und demzufolge sowohl der Sender als auch ich jeden Tag sagen könnten, nächste Woche müssen wir aber nicht mehr erscheinen, wechselseitig. Und das ist eigentlich eine ganz gute Basis für beide. Ich finde, also ich meinte jetzt auch nicht, dass früher alles besser war, aber es war, vielleicht durch die Vielzahl der Sachen, die wir jetzt haben, dass wir Streaming-Anbieter haben, dass wir jetzt, ich glaube, ich habe zu Hause 40 TV-Sender, dass das so viel im Angebot ist, dass man sich nicht mehr montags im Büro trifft und sagt, hast du Samstag gesehen? Ja, klar, gut, die, das ist diese alte Lagerfeuer-Romantik, im Grunde das letzte Mal befeuert durch Wetten, das? Und vielleicht ansatzweise noch bei Wer wird Millionär? Es gab mal ein Jahr, da lief die Sendung dreimal die Woche und Durchschnittsquote für alle Sendungen 9,98 Millionen. Also im Grunde dreimal die Woche Länderspiel, aber das ist jetzt auch, das ist eben jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und wir sind, sagen wir mal, wenn die Quoten damals im Weltall waren, dann sind sie jetzt noch solide über den Wolken, aber eben nicht mehr im Weltall. Für das, was machbar ist, ist immer noch gut. Aber so weit wird nicht mehr passieren, so ein Gottschalk oder so ein Jauch, wo man, wo fast 100 Prozent der Deutschen sagen, kenne ich. Weil sich natürlich die Interessen fragmentieren. Und nochmal kurz zurück zu Thomas, es gab ja nichts anderes. Als wir diese Sendung angefangen haben, wir beide, kamen tatsächlich die ersten Privatsender auf. Also in München war es so Radio Gong, Radio Arabella, Radio Scharivari etc. Und da hatte der Bayerische Rundfunk, der ja auch eine Werbetochter hatte, also Werbung. Und früher hat der Bayerische Rundfunk Werbung immer nur verteilt, weil sie es ja, man konnte ja gar nicht woanders, es gab keine anderen Radiosender, es gab kein privates Radio. So und dann kamen auf einmal die Privaten, die eben Werbung schön verkauft haben. Und da hatte der Bayerische Rundfunk auf einmal Angst bekommen. Und deswegen haben die ganz gezielt, sagen wir mal, auf Thomas und mich gesetzt, damit sie schlichtweg, der gute alte öffentlich-rechtliche Rundfunk, damit sie Geld verdienen. Stimmte, dass der Bayerische Rundfunk Sie und Herrn Gottschalk rossisch müssen haben? Nein, es stimmt nicht so ganz. Es gab dann zwischenzeitlich mal Differenzen wegen der Musik. Das war uns oft allen. Da gab es dann immer so ein Revival des deutschen Schlagers, aber das gab es nur beim Bayerischen Rundfunk und nicht bei den jüngeren Leuten. Und das wurde dann so komisch eingestreut. Also es gab eigentlich immer Spannungen mit der entsprechenden Musikredaktion. Und Gottschalk, der musikalisch natürlich, heute sagt man, ist in der damaligen Zeit stehen geblieben, aber damals war der natürlich weit vorne mit all seinen. Und wir wollten eben ganz bewusst die jüngeren Leute da auch kriegen. Und da gab es dann Auseinandersetzungen und da im Zuge dessen, wie soll ich sagen, ich war fest angestellt beim Bayerischen Rundfunk und nach zehn Jahren, ist so ein bisschen wie beim öffentlichen Dienst, ist man rentenberechtigt. Also wenn man dann ausscheidet nach zehn Jahren, dann kriegt man glaube ich im Alter 30 Prozent der Rente. Kriegen Sie die jetzt? Nee, nach neun Jahren und sieben Monaten. Haben Sie auch gehört? Ja, habe ich gesagt, ihr könnt nicht mal. Sie sind ein anderes... Ich wollte die fünf Monate, die waren mir wurscht. Ja gut, aber das war wie mit Griechisch Nullpunkte. Das war mir in dem Moment echt wurscht. Finde ich sehr sympathisch. Ist mir zum Glück heute noch wurscht. Und dann bin ich gegangen, aber dann war ich halt zum guten Teil freier Mitarbeiter. Lass auf dem Bayerischen Rundfunk, weil ich da unheimlich viel gelernt habe, weil ich da zwei Jahre in Bonn sein konnte, das war toll. Als Kohl Kanzler wurde, da durfte ich politischer Korrespondent in Bonn sein. Das war super. Ich sah halt aus, wie gesagt, wie ein 15-Jähriger und war halt gut zehn Jahre älter. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das war interessant. Und diesen Blick auch hinter die politischen Kulissen, das hat mir großen Spaß gemacht. Und erst danach ging ich dann eben mit Thomas dann wieder zum BR für die Sendung. Was ich sehr sympathisch bei Ihnen finde, ist auch, dass Sie sich immer, dass Sie die Yellowpress verklagen. Immer wieder, wenn irgendein Blödsinn geschrieben wird. Das ziehen Sie auch konsequent durch. Im Schnitt. Da haben Sie noch nie gesagt, dass Sie das haben. Okay, gelass es jetzt mal. Im Schnitt zweimal die Woche. Ja. Finde ich super. Zweimal die Woche. Und bis dann endgültig das entschieden ist, dauert es immer um die drei Jahre. Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich so mit dem ganzen Kommunizieren, mit Anwalt und so, kostet mich ungefähr 20 Minuten am Tag. Das ist das, was mir am meisten leid tut. 20 Minuten am Tag, da sollte man dann Yoga machen oder Kopfstand oder sonst irgendwas, das wäre schlauer. Aber nein, das wird professionell durchgelesen. Dann, wenn es wieder ein Scheiß ist, wird es mir zugeschickt. Hast du das so gesagt, gemacht? In welchem Zusammenhang war das? Da, 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 da. Oder jetzt war hier Podcast von hier, wie heißen die, durch den Monsoon, die Kaulitz-Brüder. Die haben irgendwo in einem Podcast gesagt, nehme ich denen persönlich gar nicht so übel, ja, sie seien mit mir mal eine Nacht durch die Berliner Club-Szene. Wo man sie ja kennt. Ja, wo man ja mit mir. Kommt rein, Günther ist schon drin. Also Frauen um mich rum, ohne Ende, etc. Und das sei vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder was gewesen. Also wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann ist es wirklich daran, dass ich noch nie in einem Techno-Club, ob ich da in seinen Techno-Clubs gewesen bin. In so einer Latexhose, kann ich mir gut vorstellen. Mit so einem Federhut auf. Ja, eindeutig. Und daraufhin habe ich mir dann erlaubt, weil die daraus natürlich auch wieder, wer hätte das gedacht, unser netter Herr Jauch, etc. Einfach so, Gegendarstellung, da, 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 da. So, die Kaulitz-Brüder, die nehmen das glaube ich irgendwie locker. Ich sage auch, doch, doch, können wir uns irgendwie so dran. Die sind ja auch weit weg in Kalifornien, denen will ja auch irgendwie keiner was. Und jetzt ist es irgendwann, sollen als Zeugen vernommen werden. Also diese Idioten dann von den Verlagen, die ziehen das dann durch. Und andere Menschen geben dann irgendwann auf, weil sie einfach diese ganzen Kosten gar nicht mehr zahlen können. Und bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgebe. Sie sind unheimlich diszipliniert, also kommt das immer bei mir rüber. Nein. Also Günther Jauch ist für mich immer, immer korrekt, immer sieht's alle. Gehen Sie, gehen Sie nicht davon aus, dass ich im Durchschnitt ein besserer Mensch wäre, als der Rest der Meute, die Sie hier vor dem Mikrofon haben. Ja. Nein, gehen Sie. To-Wa-Bo? Nein, nicht, nicht klassisches. Kann ich jetzt schreiben in meinem Klatsch, in meiner Klatschkulung? To-Wa-Bo. To-Wa-Bo bei Jauch. Jetzt, kein, so kann es nicht weitergehen. Punkt, Punkt. Nein, aber das ist alles relativ unspektakulär, aber wie hat mir mal einer gesagt, jeder Mensch, und er hat es nochmal wiederholt, jeder Mensch hat seine Abgründe. Und nach all dem, was ich so an Menschen kennengelernt habe, kann ich das eigentlich bestätigen. Ja. Und das finde ich auch eigentlich gut und richtig. Ich finde es auch gut, dass Menschen diese Abgründe für sich behalten können, dass sie nicht gezwungen werden, sich dazu zu bekennen. Und ich finde diese Freiheit, die zu haben, ohne dass man natürlich jetzt dann irgendwie kriminell wird oder jemand anderem da was Böses tut, aber trotzdem hat, glaube ich, jeder von uns Abgründe. Und das ist auch in Ordnung so. Aber was ist das bei Ihnen, dass Sie nachts um Einzelnen nochmal Nutella-Brot essen oder ohne Zähneputzen ins Bett gehen? Weil wenn die Abgründe bei Ihnen jetzt riesengroß werden, dann, ich meine, wie lange sind Sie jetzt dabei? 50 Jahre? Oder bei? Im Schobbis? Im Schobbis. Das sind knapp, nicht ganz. Mit 20 habe ich angefangen. Also 47 Jahre. Also wenn das jetzt Abgründe geben würde, dann kommt ja auch immer alle draus. Also gerade in der Zeit. Nee. Meinen Sie nicht, wenn ich 50 Jahre im Schobbis bin und ich würde mich ständig daneben benehmen, dass das nicht irgendwie hochploppt und man sagt, also der Krömer, der macht immer einen auf nett. Ja, naja. Jetzt haben wir den gestern gesehen im Zug oder im Restaurant. Na gut, aber wenn man das natürlich im Till-Lindemann-Bereich verorten will, dann ist es natürlich was anderes. Aber ich meine, was weiß ich, so wie Menschen ja auch kleine Fluchten haben, so haben sie nur mehr oder weniger große Abgründe, was manche Leute zum Beispiel gerne lesen, was sie aber im Nachhinein nicht zugeben. Das merken wir ja auch selber. Also ich wollte Ihnen mal sagen, ich habe sie gestern beim Fernsehen gesehen, nur zufällig beim Durchschalten. Ich muss sagen, also die Sendung und wie sie da, das ist doch unter ihrer Würde, muss ich wirklich sagen. Und dann erzählen Sie mir die gesamte Sendung nach. Wie kommen Sie klar in der heutigen Zeit, wenn jeder seine Meinung hat, jeder irgendwie immer am Rummeckern ist, die Empörung bis ins Unermessliche steigt? Ich finde das sehr nervig, finde das sehr, sehr nervig, dass also dieses Empörtsein und ich bin tief verletzt und ich bin davon sehr getroffen und sie glauben gar nicht, wie mich das belastet. Und ich habe mir Hilfe von außen auch schon holen müssen bei jedem Mumpitz. Das finde ich tatsächlich sehr nervig, wobei ich schon für die totale Meinungsfreiheit bin. Ich habe bloß ein Problem damit, wenn nicht verschiedene Meinungen diskutiert werden, sondern wenn Fakten einfach unterschlagen oder einfach weggelogen werden. Also kann ich ja ruhig sagen, die AfD macht das zum Programm. Die sagen, nein, es gibt kein Klimaproblem, sondern das ist, was weiß ich, jede zweite Eiszeit so und es wird schon wieder anders und das ist egal, wie wir uns hier auf dem Planeten aufhören, diese Wissenschaftler, das stimmt alles nicht. Dann haben die immer eigene Wissenschaftler, wo dann die Namen aber nicht einfallen. Ja, und das heißt also, dass jeder andere Fakten hat, das finde ich dann ein bisschen nervig, vor allen Dingen, wenn die dann eben nicht stimmen. Eine unterschiedliche Meinung über die Fakten, die aber einigermaßen unumstritten sein sollten, die kann ja jeder haben. Hat man das auch, oder haben Sie das Gefühl, dass Leute so in Sie rein projizieren, da müsste der ja auch sich mal drum kümmern? Also viele, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch die Prozentsalte ist, würde sich ja wünschen, dass sie Bundeskanzler wären. Also wo man dann so denkt, Mensch, der ist so toll, der ist so diszipliniert, der muss das jetzt machen. Es ist so, ich sitze in einer Fernsehsendung, bin mehr oder weniger freundlich zu den Leuten und mit weniger als 500 Euro gehen da sehr wenige Leute raus. Das heißt, das ist im Grunde ein Bombenjob. So, ich bin der Onkel, der ein paar witzige oder interessante oder spannende Fragen stellt und dann gibt es Geld dafür. Das ist relativ einfach, so einen ganz nett zu finden. So, in dem Moment, wo Sie aber im politischen Bereich, und Sie müssen ja gar nicht Bundeskanzler sein, sondern seien Sie irgendwie ein kleiner Dorfbürgermeister, wo Sie sagen, ah, die Straße sollten wir schon jetzt da hinbauen, damit der Lärm da abnimmt, aber es wird dann vier Grundstücke geben, wo es dann tatsächlich vielleicht etwas lauter wird oder wo der Feldhamster unter Umständen in dem Moment auch ein bisschen bedroht sind oder zwei Fledermäuse, die da zweimal im Sommer rüberfliegen. So, das heißt, in dem Moment merken Sie schon, dass Sie sich immer zumindest 50 Prozent, wenn es nicht sogar 70, 80 Prozent sind, unbeliebt machen. Die Politiker versuchen ja interessanterweise, so ähnlich vorzugehen wie ich, im Grunde ganz viel Klientel mit Geld zu beruhigen. Ja, selbstverständlich, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Schulden, dass die immer höher werden, ist ja egal. Wenn der Weihnachtsmann kommt, ist alles möglich. Und insofern versucht man die Leute natürlich schon ruhig zu stellen, was für meine Begriffe nicht für alle Zeiten funktionieren wird. Naja, weil man spätestens nach einem Jahr immer gefragt wird, was haben Sie jetzt erreicht? Naja, und wenn vor allen Dingen, wenn eben immer weniger Geld da ist, weil man manchmal auch aus dem Auge verliert, dass jeder Euro, der verteilt werden soll, irgendwo vorher auch mal reingekommen sein muss. Was sagen Sie dazu, zu den jungen Leuten, die sich hinstellen und sagen, so, jetzt sind wir mal dran, denkt mal bitte an uns? Ja, im Prinzip sympathisiere ich damit. Was ich aber zum Beispiel nicht verstanden habe, in Frankreich ist ja die Rentengrenze 62 Jahre. Also es ist ja wahnsinnig früh. Und die hat der Macron, hat er ja gesagt, mit einem etwas nicht ganz demokratischen Federstrich, hat er gesagt, Leute, das geht jetzt hoch auf 64 Jahre. Da gab es ja unfassbare Demonstrationen in Frankreich, da hat er das halbe Land gebrannt. Und wir haben sich die mal angeschaut, die er demonstriert hat. Alle zwischen 20 und 30. Alle zwischen 20 und 30, die gesagt haben, Hilfe, um Gottes Willen, meine Lebensgrundlage ist zerstört. Und also heulend da auf den Straßen unterwegs waren. Und das finde ich, das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Hochinteressant ist auch bei uns so die ganze Diskussion, Work-Life-Balance. Und es ist 30 Stunden im Grunde schon Vollzeit. Und sehe ich meine Arbeit, also das, womit ich Geld verdiene, sehe ich das als natürlichen Gegensatz von Freizeit, Vergnügen, Essen gehen, feiern, mit Freunden zusammen sein. Also ist das eine, das Gute und das Erstrebenswerte. Und die Arbeit im Grunde immer das, was man leider machen muss, um dann halt am Wochenende mal einen drauf zu machen. Und ich glaube, wenn man das nur so als Gegensatz sieht, dann wird es im Leben schwierig. Ich habe damals gesagt, also mit 16 Jahren, ich komme jetzt nicht aus reichem Elternhaus, aber ich habe damals immer gesagt, ich möchte machen, was mir Spaß macht. Das war nicht immer verbunden mit, ich habe jetzt nur Freizeit und das Geld sprudelt irgendwo aus einer Quelle raus, sondern das bedeutete doch Armut, dass ich nichts zu essen hatte, aber ich hatte halt Spaß. Also ich hatte am Sonntag nicht das Gefühl, Mensch, scheiße, morgen muss ich ins Büro oder muss zum Job. Also nicht, dass ich heute Abend von meiner Mutter eine nicht scheuert bekomme. Ich wollte nur sagen, ich komme jetzt nicht aus, also meine Familie war nicht ärmlich. Als ich gesagt habe, ich breche mit 17 die Lehre ab, war ich arm. Weil ich dann quasi den Abstieg miterlebt habe von, ich habe keine Ausbildung mehr und habe die Ofenheizung in Moabit auf dem zweiten Hinterhof. Gut, also wenn man, wenn die Lebensperspektive im Moment mal fehlt, dann, das kann ich mir vorstellen, das ist arg. Ich wollte nur eigentlich damit sagen, dass manchmal die Fühle habe, die Leute überlegen nicht so richtig, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten 40 Jahre. Also dann wird es so vorgegeben. Ja, dann sagt man, ich möchte jetzt Arzt werden, oder ich möchte Fußballer werden, ich möchte Schauspieler werden oder so. Und man träumt sich da so rein. und ich vermittel das meinen Kindern immer, dass ich sage, ihr müsst irgendwas finden, was euch Spaß macht, nicht was euch jetzt die Schule vorgibt oder was andere sagen, sondern dass ihr wirklich was habt, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich richtig Lust drauf, das zu machen. Also das habe ich auch immer gemacht. Keines meiner Kinder hat sich bisher nach denen, also in die Richtung entwickelt, also was ich irgendwie gemacht habe. Ja, das ist ja bei mir genau das Gleiche. Das interessiert sie gar nicht. Aber das finde ich tatsächlich auch völlig okay. Aber was ich auch zugeben muss, ich kenne Menschen, bei denen tatsächlich, dass es, wenn es in der Kindheit oder in der Jugend knapp gewesen ist, also einfach knapp mit Geld, knapp mit irgendwie Ausgehen, knapp mit Klamotten etc., dass einem das schon, dass wenn man dann eben keine Perspektive hat, dass man einen Job hat, der einem richtig Spaß macht, dass es dann natürlich irgendwann mal schwierig werden kann. Aber ich finde, es gibt so viele Jobs und so viele Möglichkeiten, heute auch irgendwas zu finden, was einem dann am Ende auch gefällt und wo man eine Anerkennung kriegt und wo man eine Erfüllung kriegt. Aber man muss natürlich auch mal ein bisschen Dreck fressen, glaube ich, zwischendrin. Ich würde sofort was Handwerkliches machen. Tüschler. Ich würde sofort, als wäre ich mal noch 30 Jahre zurückspulen. Also ich würde das genau alles so machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Hier jetzt mit Günther Joch sitzen, Kaffee trinken, herrlich. Aber ich hätte damals dann gesagt, mit 16 komm, mach mal eine Tüschler-Ausbildung, dann hast du was. Für die langweiligen Wochenende, wenn keine Aufzeichnung ist. Ich finde es zum Beispiel irrsinnig, heutzutage ist ja die Abiturientenrate eines Jahrgangs 50%. Also jeder Zweite macht mit 17, 18, 19 Abitur. Und dann wollen natürlich ganz viele auch studieren. Zu meiner Zeit waren es 15% und davor waren es eben noch deutlich weniger. Was haben die anderen gemacht? Haben dann oft irgendwie dual unterwegs gewesen, haben irgendwo in einem Betrieb gelernt und sind zur Berufsschule gegangen. Und wenn man sich heute anschaut, wie sich Handwerker, wie die sich im Grunde die Arbeit aussuchen können, wie sie auch, was die Preise angeht, im Grunde so an der Schraube drehen können. Also ich glaube, wer sehr stark in Richtung finanziellen Wohlstand und gleichzeitig Unternehmertum und was machen und was können und dann auch richtig gut verdienen, also dem könnte ich auch ein Handwerk nur empfehlen. Das sind dann drei Jahre Lehre, okay, das ist nicht so lustig. Dann Gesellenzeit, weiß ich gar nicht, ist auch unterschiedlich. Und dann machen die einen Meister und dann können die ja im Grunde schon einen eigenen Betrieb auch aufmachen. Ja, das war also mein Tischler, wenn der kommt in seinem goldenen Maibach, da sieht man, dass sich das lohnt, wenn er mir dann da Zierleisten anbringt. Ja, aber ich finde das gut, weil ich die Arbeit auch bewundere. Also ich fand das toll, mein Moped war immer kaputt, mein Auto war immer kaputt. Ich konnte nichts selber machen. Wenn ich eine Zündkerze rausdrehen wollte, zack, ist sie abgebrochen, musste alles dann wieder, der ganze Zylinder aufgebohrt werden, etc. Ich bewundere die Leute, die die Sachen auch wieder heile machen können. Ja, Herr Jauch, das war die Wesen. Ich bin begeistert. Hat gar nicht wehgetan. Nee, sagen immer alle, alle haben immer Angst. Sollen wir einfach verabreden, alles, was wegen dieses Podcast an Klagen fällig wird, übernimmt die Kurt Krömer Produktion. War da viel? Ja, weiß ich nicht. War doch nichts. War nichts dabei, oder? Doch, aber ich hab das ja auch hier, dass die Leute dann immer irgendwas schreiben. Letztes Mal haben wir jetzt letztes Mal schon gesagt, Krömer, also sinngemäß gerastet aus gegenüber seinen Kindern und bereut es direkt, weil ich gesagt hab, räumte Zimmer auf, sonst kommt der Weihnachtsmann nicht vor 20 Jahren. Wo ich mir auf die Zunge gebissen hab und dachte, hast du das jetzt gerade wirklich gesagt? Also daraus wurde dann auch eine Story gemacht, wo ich dachte, wer ist dieser Kurt Krömer? Glauben Sie, dass Leute schreiben, dass wir die verklagen müssen? Ich bin dabei. Irgendein Unsinn wird hier rausgenommen werden, aber keine Angst. Aber ist doch mal schön, dass wir jetzt auch öffentlich sagen können, dass wir das verächtlich finden, dass wir diese Leute, dass das Schmutzfinken sind, dass sie das vielleicht, wenn sie über uns schreiben, das auch mit reinnehmen, dass wir die zutiefst verachten. So, ich muss mich um die Kirschlöberbeer-Hecke jetzt, ich muss sie leider jetzt hier sitzen lassen. Manchmal gibt es so Schädlinge, es gibt wenig Schädlinge, die man da aussetzen könnte und dann gehen die von der Lüchsteil ab. Ja, ist das so eine Abzocke? Ja, das kostet dann 1,99 die Minute. Nee, bitte. Ich sag nichts. An diesem, bei 1,99 nehme ich nicht teil. Das wird direkt abgebucht. Wenn Sie das anklicken, dann wird das schon nichts. Auch wenn ich schweige, ja? Ja, das ist so eine richtige Abzocke. Aber dann wäre es Betrug. Dann wäre es Betrug. Ich habe nichts gesagt. Arschvergoldung heißt das auch im Untertitel. Nein, es ist dieser erste Teil, den wir machen, den kann man, den kann jeder hören überall. Und dann der exklusive Teil, den hört man als Amazon-Mitglied. Dann fragen Sie mich zu meiner Vergangenheit als Nackt. Ja, dann kommen die ganzen privaten Fragen jetzt. Herr Jauch wird jetzt alle private beantworten. Wir haben eine Liste von 100 Fragen. Okay. Danke, Günther Jauch. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Große Freude. Dankeschön. Wer ist denn diese Frau vorne mit dieser Domina-Stimme? Kurt Krömer. Das ist die. Regina Lemmels. Die den Krön-Mitglied. Hey, thanks. Kurt Krömer-Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song-Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Yon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song-Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lue. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonus-Folgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung. Die 這 so ein, die Verbroscen slog sich und wir oft Sie ver recon units ändern. Deine Frau, Leider beh diğerasonable St� ine. kritische Ahis oderここ erinnern würde. sondern zweitens zu shaft.